Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Das ist der erste Satz der Erklärung der Menschenrechte, 1948 verabschiedet. Heute erinnern wir daran am Tag der Menschenrechte. Damals wollte man aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs heraus einen gemeinsamen Zusammenschluss der Völker erwirken, damit eine solche humanitäre Katastrophe, wie sie ja von Deutschland ausging, nie wieder Platz greifen kann. Noch immer ist es wichtig, dass wir uns an die Verabschiedung der Menschenrechte erinnern, denn noch immer gibt es heute genug Situationen, in der die Rechte von Menschen missachtet wird. Ich denke an die Flüchtlinge an der Grenze von Belarus zu Polen. Natürlich ist es menschenverachtend, wie dort ein Machthaber in Belarus einzelne Menschen zum Spiel bei seiner einzelnen Interessen macht. Aber es ist doch ein Signal an uns Menschen, die wir in der Europäischen Union diesen Rechten verpflichtet sind, danach zu fragen, wie eine europäische Asylpolitik ausgerichtet werden soll. Und ich appelliere an die neue Bundesregierung, dass sie sich dafür einsetzt, dass endlich wir zu einer abgestimmten europäischen Asylpolitik kommen, in denen Menschen ihr Recht, ihr Menschenrecht auf Asyl wahrnehmen können. Und ich denke an die Menschen, die sich in Afghanistan eingesetzt haben für den Aufbau von demokratischen Strukturen in dem Land dort. Wir erhalten über unsere Kontakte in den Beratungsstellen immer wieder verzweifelte Rufe. Anrufe, die von ihren Angehörigen in Afghanistan erzählen, die keinen Kontakt haben, aber sich dort lange eingesetzt haben, Frauen, Ortskräfte, aber auch Menschen, die mit Behinderungen keine notwendigen Strukturen dort für sich erreichen können. Wir benötigen einen Ausbau des humanitären Aufnahmeprogramms und wir benötigen eine Ausdehnung dieses Programms auch für diejenigen Menschen, die sich mittlerweile haben flüchten können über die Grenzen Afghanistans hinaus, nach Turkmenistan, in den Iran oder auch nach Pakistan. Die Erklärung der Menschenrechte ist keine Geschichte, sondern sie ist nach wie vor aktuell und muss zu ihrer Durchsetzung gebracht werden.